Herzlich willkommen zum ersten Podcast von BIG. Meiner Seite heute sind Tobi und Gobbi, beide mit einem B am Ende. Das steht auf jeden Fall für Legenden. Das letzte Halbjahr ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen haben wir uns entschieden, mal so grob darüber zu sprechen, was die Hintergründe für den Wechsel sind, warum haben wir Syrson und Kito geholt von Sprout und was wir uns alles für 2020 vorgenommen haben. Das Team ist gerade mit uns im Bootcamp und hat jetzt seinen ersten Tag. Gleich geht es zum ersten Training und ich übergebe mal das Wort an Tobi. Was stellst du dir vor, was 2020 bei uns anders wird und wie sollen wir uns für diese beiden Spiele entscheiden? Ja, wir haben uns für Syrson und Kito entschieden. Also zum einen für Syrson, weil er eine sehr routinierte AWP ist. Ich habe ja schon mit ihm gearbeitet. Wir wissen sehr genau, was wir von ihm erwarten können. Vor allem glänzt er dadurch, dass er sehr konstant spielt. Er hat selten schlechte Spiele. Er wird sehr viel Ruhe ins Spiel bringen. Und wie gesagt, er hat sehr viel Routine durch seine Spielweise. Auf der anderen Seite haben wir uns dafür entschieden, den Johannes Margit rauszunehmen und dadurch Kito zu ersetzen. Das hat den Grund, weil wir auf den letzten Events haben. Can hat sehr überzeugt durch seine Klatschleistungen, wenn er in einer etwas passiveren Rolle war und sehr lange überlebt hat, hat er wirklich Weltklasse Runden gezeigt. Wir möchten ihn gerne auch in diese Rolle bringen. Und das Problem ist dann einfach ein Synergieproblem vom Team. Dadurch fehlt uns einfach dann ein, also Nex ist halt eben einer der besten passiven Spieler, die es auf der Welt gibt. Aber wir brauchen einfach dadurch auch, dass Tapsen eben eher in die Caller-Rolle gerutscht ist und nicht mehr so aggressiv spielen kann, wie er das mal gemacht hat, fehlt uns einfach die Aggressivität. Und deswegen haben wir uns entschieden, Kito dafür reinzubringen, weil er ist ein sehr aggressiver Spieler, ein sehr frecher Spieler auch. Der ist genau das, was uns dann in diesem Team gefehlt hat sozusagen oder in diesem Line-up. Deswegen haben wir uns entschieden, ihn dafür auszutauschen. Vati, du hast ja im ersten Halbjahr 2019 mit Can noch gespielt, als wir ihn geholt haben. Warst du auch bei der Verpflichtung so einer der Hauptgründe, um ihn es hier erstmal angenehm zu machen, um sich einzuleben. Wie hast du so seine Entwicklung über das Jahr verfolgt? Ich denke nicht, dass es einer der Gründe war, warum er unbedingt herkommt. Ist vielleicht so ein Bonus auf jeden Fall. Aber er hat sich auch schon vorher mit Jarosch sehr gut verstanden, mit Legia sehr gut verstanden. Und der Kontakt war schon über längere Zeit da. Also auch einfach freundschaftlicher Kontakt. Das ist natürlich ein Bonus, aber ich denke nicht, dass es ein Grund war. Er hat genau das gesehen, was wir eigentlich auch am Anfang gesehen haben. Großes Potenzial im Team, wie auch im Line-up. Wie ihr alle wisst, konnten wir leider nicht die Leistungen erbringen, die wir wollten. Ich denke nicht, dass es an der Worth-Ethic gelegen hat. Aber deswegen sind wir 2020 auch guter Dinge, das so zu verbessern. Weil wir wissen, wenn man gut arbeitet, wenn man strukturiert arbeitet, dann wird man ans Ziel kommen, früher oder später. Und mit den beiden Wechseln denke ich auch, dass wir da dem einen Schritt näher gekommen sind, dort Leistungen wieder zu bringen, die wir normalerweise bringen. Wir haben ja jetzt auch das Szenario, dass Nico nicht mehr bei uns ist. Er hat quasi die Stelle des Head of CSGO an dich übergeben. Wie sieht diese neue Konstellation im Trainerteam aus? Wie sie tatsächlich aussehen wird, das wird sich jetzt die Tage zeigen, weil wir tatsächlich heute erst zusammen anfangen. Aber wir hatten jetzt, Fatih und ich hatten viele Gespräche, damit wir auf der gleichen Seite sind, halt über Philosophie, wie wir trainieren wollen, was wir machen wollen. Wir werden auf jeden Fall beide beim Training sein und beide mit unserem Wissen und Können versuchen, die Spieler möglichst zu verbessern, ihnen alles zu geben, was sie zu brauchen. Wie der Alltag jetzt genau aussehen wird, da haben wir drüber gesprochen. Es wird sich jetzt nicht so viel ändern. Wir hatten davor schon eine sehr gute Routine, die wir jetzt noch weiter ausbauen auf jeden Fall. Es wird noch professioneller werden. Und im Prinzip werden wir einfach noch mehr ins Detail gehen, würde ich sagen. Fatih wird uns da auch helfen. Er wird ihnen mit allen Problemen helfen, die so anfallen. Aber wie das genau tatsächlich aussehen wird, das wird sich auch zeigen. Wir haben jetzt ein grobes Konzept, wie wir anfangen werden. Und das ist, wie ich habe es auch schon heute im Gespräch gesagt, das kann man sich immer vorstellen wie eine Art Alpha. Also wir haben ja schon eine Beta-Version. Aber wie die tatsächlich, die Live-Version aussehen wird, das wird sich dann zeigen, wie wir zusammenarbeiten, wie das dann am Ende, also wie das konkret aussehen wird. Das kann man jetzt noch so ganz genau nicht sagen, aber es wird sehr gut werden. Das kann man sagen. Wir gehen jetzt am 7. in den Qualifier für ESL One Katowicz. Wir haben davor zwei Tage Training. Was können die Leute von uns erwarten? Ich meine, das ist immer eine sehr unangenehme Frage, weil wir nicht viel machen können. Das war ja die Winterpause gewesen, Jahreswechsel. Die Leute sind zu Hause. Es war sowohl für die Spieler bei Sprout als auch bei uns sehr, sehr anstrengend das letzte Jahr. Auch terminlich. Da bist du froh, wenn du mal zwei Wochen abschalten kannst in der Player Break. Danach kommen weitere Qualifier. Was glaubst du, wie ist so dieses Online-System für uns? Kommen wir da gut rein? Ich denke, wir haben jetzt natürlich schon die Rollenverteilung auf den ganzen Maps besprochen. Es ist natürlich schwierig, in zwei Tagen jetzt so einen großen Map-Pool einzuspielen, aber die erste Verteilung sah sehr gut aus. Also es passt eigentlich sehr gut. Das war ja auch eben das Ziel durch den Wechsel, den wir vorhin schon angesprochen haben, dass wir im Prinzip jetzt keine bei der Verteilung, auch bei der Rollenverteilung, waren einfach nicht mehr großartig viele Fragen auf. Vielleicht auf ein, zwei Maps oder so sind es eher so Luxusprobleme, wo wir überlegen können, wie wir es aufteilen. Aber deswegen denke ich, dass wir auf jeden Fall einen guten Start haben werden. Es sind natürlich, Katowice ist auch ein Best of, also die ersten Games sind Best of One. Das ist immer ein bisschen, nicht random, aber es ist immer hart natürlich. Man kann auch auf gute Teams treffen. Ich habe aber, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Wir werden heute Abend unser erstes Training absolvieren und die Stimmung ist natürlich gut. Es sind alle sehr gute Spieler im Einzelnen, also im Einzelnen sehr gute Spieler, die auch zusammen, stellenweise schon in verschiedenen Kombinationen gespielt haben. Das können wir auch auf manchen Maps übernehmen, sozusagen. Ja, zum Beispiel Kito und Syrson haben auf manchen Maps mal zusammengespielt und so. Deswegen denke ich, es wird sehr gut werden. Aber natürlich beschränken wir uns aufs Nötigste. Also wir können uns jetzt nur aufs Nötigste beschränken. Gerade als T können wir jetzt auf den Maps nicht sonderlich viel durchgehen. Wir werden mit so einem Grundset starten, sozusagen, und viel auf unser individuelles Können spielen. Was aber eben sehr gut ist. Deswegen denke ich schon, dass wir eine sehr gute Leistung zeigen können, insgesamt. Am 13. geht es dann direkt weiter gegen Sprout in einem Best of Three in der UML-Fahrt. Ich glaube, gerade zu dem Zeitpunkt, so kurz nach dem Wechseln, ist das ein Spiel mit einer besonderen Würze? Eigentlich finde ich ja, weil wenn man die Parallelen sieht zu 2017, wo wir BIC gegründet haben, hatten wir auch kein Training und mussten direkt gegen Maussports spielen. Was kurz vor damals Dream Egg Leipzig war. Also man hat auf jeden Fall viele Parallelen. Es wäre schön, wenn es so ein schönes Jahr wie 2017 werden würde, dieses Jahr. Deswegen, ich finde immer so, so ein Konkurrenzkampf ist nichts Negatives. Man sollte das immer sportlich sehen. Und so sehe ich, dass ich sehe, ich sehe jetzt Sprout nicht als super besonderen Gegner nicht, weil sie kein besonderes Team sind, sondern einfach, das ist eine Early-Phase für beide Teams. Das diktiert nicht, wie das Jahr sein wird. Das ist jetzt nicht so prestigelassig, wie man das vielleicht später in den Meisterschaften sehen wird oder so. Für mich ist es einfach wichtig, dass wir gut arbeiten, dass wir strukturiert arbeiten und einfach Progress zeigen für uns selbst. Und ich denke dann, wenn man sich darauf konzentriert, dann werden die Resultate folgen. Und ob man jetzt gegen Sprout gewinnt oder verliert, ist, denke ich, in dieser Phase auch doch nicht so wichtig, weil beide Teams müssen sich eh erst mal finden. Und natürlich ist es nice und wir sind kompetitiv heiß drauf, gegen sie zu spielen und zu gewinnen. Das ist ganz klar. Aber ich sehe das jetzt ein bisschen neutraler, ein bisschen mehr als, ich sage mal so, als Coach im Sinne von, wir müssen an uns arbeiten. Wir müssen arbeiten, dass wir wieder dahin kommen, wo wir hinwollen. Und ich bin mir sicher, dass wir das so schaffen werden, wenn wir so arbeiten, wie wir es uns vorgenommen haben. Also schätzungsweise werden das Spiel mindestens 5.000 bei Michele auf dem Stream sehen. Sagen wir mal, zehnmal so viele Leute fragen sich, in welcher Sprache werden wir kommunizieren in Game? Wir werden anfangs Englisch kommunizieren, aber unser Plan ist es, schnellstmöglich auf Deutsch zu kommunizieren. Das wird dann konkret erst mal so aussehen, dass Can versuchen wird, uns zu verstehen und auch, dass er in Englisch antwortet. Aber das wird unser konkretes Ziel für die Mitte des Jahres sein. Daran werden wir hart arbeiten, aber anfangs werden wir natürlich auf Englisch kommunizieren. Und von dort aus ausgehend werden wir jetzt gucken, wie der Fortschritt in seiner Sprache ist. Dann werden wir das irgendwann auf Deutsch umstellen tatsächlich. Du hast vorhin kurz die Meisterschaft angesprochen. Da wurde ja auch mal drüber gesprochen, dass wir mit den Academy-Spielern spielen, beziehungsweise ihnen Einsatzzeiten geben. Die ESL-Meisterschaft hat ein neues System, ist jetzt über ein halbes Jahr hinweg mit zwei Gruppen, ist viel, viel freundlicher zu planen. Das ist auch ein Grund, warum wir zurückgekehrt sind. Das haben vielleicht einige Leute nicht verstanden, dass wir jetzt nur wegen der Pro-Tour zurückkommen. Wir waren in der Tat schon vorinteressiert, wieder für die ESL-Meisterschaft aufzulaufen. Leider ging das aus terminischen Gründen nicht, auch mit Pro-League, die unter der Woche war. Und wir hatten ja trotzdem noch einige Turniere gehabt mit Reisetagen. Da konnte man keine Wildcards nehmen. Es ist auf jeden Fall jetzt möglichst besser zu planen. Und das ist auch für uns sehr, sehr wichtig, die deutsche Szene wieder zu repräsentieren. Und wir wollen natürlich auch um den Titel spielen. Alles andere wäre nicht das, was wir wollen und wofür wir so hart arbeiten. Abschließend vielleicht noch, wie ist so der grobe Zeitplan für Januar? Der grobe Zeitplan für Januar ist, dass wir eben erstmal den Katowicz-Qualifier spielen. Der mögliche Closed-Qualifier geht bis zum 10. Und dann glaube ich, genau ist am 17. der Dreamhack-Arnheim-Qualifier. Den werden wir mitnehmen. Der geht über drei Tage, denke ich, auch mit dem Closed-Qualifier am Ende am Sonntag. Und danach bleiben auch nur noch drei Tage zur Vorbereitung dann wirklich tatsächlich auf die Dreamhack-Leipzig. Das ist natürlich auch das wichtigste Event in diesem Monat. Die fängt am 23. an, wird bis zum 26. gehen. Und da liegt natürlich unser Hauptaugenmerk drauf. Und wir werden uns maximal gut vorbereiten auf die Dreamhack-Leipzig. Ja, Dreamhack-Leipzig vor drei Jahren war das so der Meilenstein zur Gründung von BIG. Wir wünschen uns natürlich auch, dass sehr viele Fans wieder da sind. Wir haben diesmal zwei deutsche Teams vor Ort. Sprout vertritt Deutschland als amtierender deutscher Meister. Das ist auch in dem neuen System quasi mit drin. Und würdest du dir wünschen, dass wir einfach nochmal so schöne Momente wie vor drei Jahren feiern können? Ja, also ich weiß noch, damals hatte ich überhaupt nicht so viel erwartet von Dreamhack-Leipzig. Im Sinne von, dass es ein sehr gutes Turnier war. Da waren damals 240 Herz-Monitore, die wir so nicht erwartet hatten. Das Setup war cool, die Bühne war cool. Und da waren so viele Fans. Also das hätte ich einfach nicht damals erwartet von einer Dreamhack. Und ja, jetzt habe ich große Erwartungen. Und ich bin auch so, da ich jetzt auch auf den 99 Damage Finals und auf den ESL-Meisterschaften war, bin ich schon auf jeden Fall so gespannt und hoffe, dass Minimum genauso viele Leute kommen wie bei diesen beiden Turnieren. Also ich habe schon hohe Erwartungen, muss ich sagen. Ich glaube auch nicht, dass ich enttäuscht werde, weil echt so viele deutsche Fans dort waren und so. Die deutschen Fans sind halt immer nochmal, ich sage mal, cooler. Weil es ist einfach immer ein schönes Gefühl, vor den eigenen Fans zu spielen. Und ja, ich hoffe, dass wir 2017 nochmal übertreffen können von der Stimmung, von den Memories hoffentlich. Und ja, damit halt nice in dieses Jahr starten, sage ich mal. Hätte man nicht schön abschließen können. Tobi, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee, eigentlich keine mehr. Das finde ich super. Dann war es das an dieser Stelle. Danke, dass ihr euch den vielleicht zu kurzen Podcast angehört habt, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt. Ihr wisst, ihr könnt uns auf Twitter fragen, im 99-Dennis-Show rum. Es ist alles in Ordnung. Haut raus, was ihr heraushauen wollt. In diesem Sinne, einen schönen Abend noch.